Sie ist eine junge Künstlerin, die mit ihrer humorvollen Herangehensweise an die Kunst und mit ihrer handwerklichen Umsetzung und die Art und Weise der Auffassung von Alltagsthemen und Alltagsgegenständen, die uns jeden Tag begeben, eine völlig neue Kunst, ich sage jetzt mal Richtung auch, vorgibt. Die Idee von Alltagsthemen, die Geschichte war sehr persönliche für mich. Es war mein Ex-Husband und wir, durch die ganze Beziehung, kämpften über die Beziehung. Und es wurde eine große Spiel in der Beziehung, ich denke. Und ich möchte nicht so, wie eine Feministische, verrückte Frau, aber... Ich denke, dass heute, junge Leute sind sehr leid und Mama-Bois. Und in der Beziehung geht es meistens um die Beziehung zu kämpfen, in der Beziehung mit einer Mädchen, die immer alles um das Haus und das Haus macht. Und die Beziehung sagen, okay, ich bin meine nächste Mutter. Also, das ist der Punkt. Sorry, ich bin sehr ehrlich. Das Thema Skulptur ist ein uraltes Thema. Und es ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr stiefmütterlich behandelt worden. Wir kennen wunderbare Skulpturen, die wir in Museen sehen und uns dort in die Vergangenheit zurückgesetzt fühlen und finden immer einen sehr schnellen Bezug und auch eine gewisse Nähe, weil man immer das Gefühl hat, man kann es natürlich anfassen. Und ein ganz wichtiger Punkt für sie ist auch der Punkt Humor. Man sollte also ihre Kunst immer unter dem Gesichtspunkt des gesunden Humors sehen. Musik 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 Musik